herzlich willkommen wieder auf meinem kanal herzlich willkommen zum meisterschalten opening der matchtags 10 11 serie und was uns hier erwartet seht ihr natürlich nach dem intro ja heute gehören zu kommen wie angekündigt zum matchtags big 10 opening der 10 11 serie die meisterschalen hin wie geil ist das trotz hat damals eine meisterschalen hin einfach raus gewahrt gut ich meine wenn ich an die meisterschalen also wenn ich hier so sehr anders reden denken vielleicht weiß ich kann ja was hat man hier bekommen wir hatten hier drin gehabt 36 spieler plus spielregeln exklusive limitierte auflage und spielchip und wir packen das ganz mal richtig geil so sieht das ganz aus dass das muss ich sagen das war richtig kreativ von tops dann sie sich noch richtig was einfallen lassen ist ja heutzutage also das ist der stapel aus bundesliga matchtags richtig schön geprägt die sogar ich hoffe man erkennt das alles ich hoffe man erkennt das alles und dann natürlich muss 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 wir haben aber die linie von höhe das dann haben wir nürnberg klub logo andere schöne star spieler erwin hoff hoffa star spieler aber jetzt bei kurz um vier jahren matchwinner von sehr zahljowitsch nice matchwinner von und dann haben wir hier das gab es damals spielregeln jetzt auch nicht wenn du es dann fand ich richtig richtig geil da war ich mir auf dann haben wir jetzt die noch base karten jörpers und verfahren das stände sami hüppier augen bastian schulz andreas beck bocca gonzalo kastro ups taguer nur die schei perlmärtes racke tom starke die krake ben ajo levels aber wie viel ist hier die wiese witsch marco marien dem barbara samur erneut wenn da hat er vielleicht gleich gebogen die kluge roman neustädter und serta taski haben ja auch um leichten knick aber gut passiert noch mal ich bedanke mich trotzdem euch fürs zuschauen bis zum nächsten video macht's gut aus und